Willkommen, hier ist der Sascha Klar. Stefan, Mensch. Einen wunderschönen guten Vormittag. Wir fliegen zusammen, oder? Wir fliegen zusammen um die Welt. Sascha, wie kommt man denn darauf mit einem Klavier? Ich kann es nicht beschreiben richtig. Erklär es mir du. Du, Stefan, ich bin ja schon seit 25 Jahren unterwegs. Ich habe irgendwann mal die Liebe zur Musik, zum Beruf gemacht. Und habe gedacht, bei so vielen Veranstaltungen, die wir machen, irgendetwas Besonderes mir einfallen zu lassen, mal abzuheben am Klavier, macht nicht unbedingt jeder. Und damit ist natürlich so ein gewisses Highlight bei Veranstaltungen, Gala. Du weißt, du bist auch viel unterwegs. Eine tolle Nummer. Und ich liebe es, da so am Kopf zu stehen und mein Looping zu machen. Können Sie sich das vorstellen? Nicht so richtig, oder? Ja, Freunde, sieht man jeden Tag sowas, ne? Genau, ja, logisch. Gut, Sascha, bei dir ist alles klar? Bei mir ist alles klar, ich freue mich. Dann werden wir jetzt in zweieinhalb Minuten die größten Rock'n'Roll-Hits hören. Meine große Liebe, die Rock'n'Roll-Musik. Und da habe ich gedacht, das passt doch mal hier auch mal zu euch, zu einem wunderschönen, tollen Publikum. Habt ihr Lust? Also, gib Gas! Ja! Sascha, klar! Bau, 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 red. Bau, 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 sand. Take my head, yeah. Keep going rockin' at lavoro, rockin' at rinny barbarian. Singin' sostar, ma! I said bau, 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 bret. Alle! Musik 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 Wir sind der Meinung, das war? So ist es, Sascha, klar. Bei dir ist alles klar? Bei mir ist alles klar, du geht gut. Können wir nochmal machen, rückwärts. Nein, 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 vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wo sieht man dich als nächstes Mal wieder? In Düsseldorf, meine Heimat mittlerweile, habe meine zweite Liebe, auf dem Schiff zu wohnen, mir gerade erfüllt und lebe in Düsseldorf im Hafen. Und da gibt es das NRW-Fest, 27. August. Hast du da das Schiff von der Kelly Family gekauft? Nee, ein bisschen moderner, ein bisschen jünger, aber ähnlich. Ähnlich. Ich finde es toll einfach. Man muss die Träume leben. So schaut es aus. Danke dir. Alles Gute, meine Damen und Herren, Sascha Kla.